Was ist das, was ich sogar am meisten hasse? Was aber? Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ich mir jetzt noch mal auf die Zunge pissen? Mit einem wunderschönen Kaugummi. Hast du Lust zum Grillieren? Hast du Lust zum Grillieren? Ja, aber wir können beide abschneiden, was du magst. Ich glaube nicht, dass da draus Spiegeleier werden. Man kann höchstens Hamburger draus machen. Tolle Gespräche, das kommt alles auf YouTube. Auf wen? Das macht er schon seit... 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 Was jetzt? Ich glaube schon seit ein paar Monaten. Seit etwa der Dings angefangen hat, die ganze Corona Krise. Ich kann mich nicht anschauen. Hat er so... Hat er... Kann man dich im YouTube anschauen? Kann man mich im YouTube anschauen? Also... Du siehst eigentlich grundsätzlich nicht gross. Du siehst eigentlich grundsätzlich nicht gross mich dabei. Mhm. Und was verdienst du da? Nein. Er verdient etwas damit. Er verdient etwas damit. Für dich. Ich mache ihm nur den Gefallen. Dass ich ähm... Dass ich Videos mache. Für ihn. Ich stelle dir den Murden Schrift an. Ja genau. Genau. Genau der. Weil er... Er arbeitet meistens nicht über die Runde mit dem... Mit dem... Wie heisst es? Wo arbeitet er denn? Er ist äh... Englisch Professor. Mhm. Und kommt nicht über die Runde. Und kommt nicht über die Runde. Weil... Er bekommt nur Geld... Wenn er ähm... Wenn er natürlich ähm... Schafft. Aha. Er ist praktisch... Kannst du sagen... Deinen Stundenlohner. Und jetzt während der ganzen Krise... Wo... Das Schulhaus... Jawohl. Of diese wurden einfach nicht gewürgen... Cause dioge Scoaby Jabbar... Er Crise frei... Dass sie sie raus sybiotisch可是... Und dann vezendeckrasse... We thinking... Dementsprechend muss der Sandflrate... Oder packen Tagnew expansive mood.